Nur weil wir gerettet sind aber, heißt es noch lange nicht, dass Gott uns vor Trübsal bewahren wird, dass Gott uns vor Verfolgung bewahren wird, dass Gott uns vor Bedrängnissen, Widrigkeiten bewahren wird. Nur weil wir gerettet sind, heißt es nicht, dass wir hier ein einfaches Leben führen unbedingt. Wir können als Christen ein großartiges Leben führen, ein erfülltes Leben. Aber es wird nicht unbedingt einfach sein, es wird nicht unbedingt ohne Verfolgung sein, es wird nicht ohne Bedrängnisse sein, es wird nicht ohne Trübsal sein. Neuntens, wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird. Also nochmals, wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird. Du bist hier nicht in deiner durchschnittlichen Baptistengemeinde, sondern hier wird die Bibel gelehrt, was die Bibel sagt und nicht, was dein bescheuerter Left-Behind-Film sagt. Wir sind hier nicht in einem Kino, wir sind hier in einer Baptistengemeinde. Wir sind hier nicht in Hollywood gelandet, wir sind in einer Baptistenkirche, wo die Bibel gelehrt wird und nicht Left-Behind. Wir glauben, dass die Entrückung nach der Trübsal stattfinden wird, aber bevor Gott seinen Zorn über die Erde ausgießt. Wir lehnen den Dispensationalismus ab. Schlagt Markus 13 auf. Markus Kapitel 13. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. Lass mich das aufschlagen. Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann, wann? Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Völker auf Erden und werden sehen den Sohn des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zu dem anderen. Wann kommt Jesus wieder? Wann werden wir entrückt werden? Nach der Trübsal. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage. Hier seid ihr Matthäus in Markus, Verzeihung, in Markus Kapitel 13. Markus Kapitel 13, Vers 24, das ist die Parallelstelle dazu. Da heißt es aber in jenen Tagen nach jener Trübsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Also wieder in jenen Tagen nach jener Drangsal. Dann kannst du sagen, ja, das ist ja alles schon gut an seinem, das ist ja alles eindeutig, aber das gilt ja nur den Juden. Also da haben wir mehrere eindeutige Stellen in den Evangelien, wo es heißt, so gleich aber nach der Trübsal jener Tage. Und wir finden das im Matthäus-Evangelium, wir finden das in Markus, die Parallelstelle, nach der Trübsal. Eindeutige Stellen, aber, Verzeihung, aber Leute wollen das nicht wahrhaben. Sie wollen das glauben, was sie glauben wollen. Sie wollen nicht zur Trübsal gehen, die Trübsal, obwohl das da eindeutig steht. Und sie erfinden einfach mal wieder bescheuerte, unbiblische Lehren und sagen, das gilt nur für die Juden. Das gilt nur für die Juden, das gilt nicht für uns. Lass uns das mal prüfen, ob das stimmt, okay? Markus Kapitel 13, dasselbe Kapitel. Wie beendet Jesus das? Vers 37. Was ich aber euch sage, was ich aber euch sage, also seinen Zuhörern im Kontext, zu denen er gesprochen hat, was ich aber euch sage, das sage ich, wem? Das sage ich nur den Juden. Das sage ich, was ich aber euch sage, das sage ich nur euch. Was ich aber euch sage, das sage ich nur den Juden. Nein, was steht hier? Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht, natürlich gilt das auch für uns. Natürlich werden wir durch die Trübsal gehen und erst nach der Trübsal in den Trübsal gehen. Es ist so witzig, wie Leute das mit dieser Behauptung daherkommen, auch das gilt nur den Juden. Und Jesus hat da ja nur zu seinen zwölf Aposteln gesprochen. Das waren ja Juden. Der Witz an der Sache ist, einer der zwölf Apostel, wie hieß der? Simon der Kananiter. Simon der Kananiter. Er stammt aus dem Land Kanaan. Er war kein Israelit, er war ein Heide. Natürlich befinden sich die Israeliten, das Volk Israel, im Land Kanaan. Aber warum wurde wohl Simon der Kananiter, Simon der Kananiter benannt? Um ihm zu betonen, dass er ein Heide war, ethnisch gesehen. Also war er wirklich ein reinrassiger Jude? Nein. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht. Hey, du merkst schon, dass du hier nicht in der durchschnittlichen Baptistengemeinde gelandet bist. Du bist hier nicht in irgendeinem Kaffeeklatschhauskreis gestolpert. Du bist hier nicht in der durchschnittlichen Baptistenkirche, die nichts anecken will. Die sich an irgendwelche bescheuerten, unbiblischen Traditionen hält. Wie Dispensationalismus. Von wegen, ja die Juden sind ja immer noch Gottes auserwähltes Volk, bla bla bla. Und wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Dann kommt aber die Zeit in der Trübsal, wenn Leute wieder durch Werke gerettet werden. Denn das ist, was die Hyperdispensationalisten lehren. Sie lehren ein falsches Evangelium. Sie sind verdammt, sie fahren zur Hölle. Errettung war schon immer aus Gnade durch den Glauben. Es gibt nicht irgendwie verschiedene Zeiten. Irgendwie eine Zeit der, was weiß ich, eine Zeit des Gesetzes und eine Gnadenzeit. Weißt du, wann die Gnadenzeit begonnen hat? Die Gnadenzeit hat mit dem Sündenfall begonnen. Errettung war schon immer aus Gnade durch den Glauben. Das ist der einzige Weg der Errettung. Du bist hier in einer Baptistengemeinde gelandet, die anecken wird. Und wenn du ein Problem damit hast, du weißt, wo die Tür ist. Denn wenn du ein Problem damit hast, dann hast du ein Problem mit dem Wort Gottes. Denn weißt du, wie Jesus genannt wird? Jesus ist der Stein des Anstoßes. Und du bist so anstößig, Anselm. Deine Präschen sind so anstößig. Jesus ist der Stein des Anstoßes. Jesus eckt an. Jesus beleidigt. Beziehungsweise andersherum. Menschen lassen sich beleidigen von Jesus. Denn stattdessen können sie an Gottes Wort glauben. Ja. Niemand muss sich beleidigen lassen. Es hängt natürlich immer von den Menschen ab, die sich beleidigen lassen. Jesus ist der Stein des Anstoßes. So wird er genannt. Du bist in der Stein des Anstoßes Gemeinde gelandet. Und dann kommen sie das. Vielen Dank.